Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so eine Leuchtstoffhörer hier oben auf LED umrüsten kannst, dass diese einfach weniger Strom verbraucht und vor allem auch beim Anmachen sofort volle Leistung hat. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Spannungsfrei bedeutet, die entsprechende Sicherung rausnehmen, dann gegen Wiedereinschalten absichern, heißt über die Sicherung am besten mal ein Klebeband drüberkleben, dass nicht jemand anders diese aus Versehen wieder anmachen kann und dann noch die Spannungsfreiheit feststellen. Normalerweise mit einem zweipoligen Spannungsprüfer, doch das ist hier wirklich nicht so einfach, weswegen du einfach noch den Lichtschalter betätigen solltest und wenn das Licht nicht mehr angeht, kannst du wirklich sicher sein, also relativ sicher, dass sich hier kein Strom mehr drauf befindet. Im Großen und Ganzen gibt es zwei verschiedene Leuchtstoffröhren, die sich bei dir zu Hause jetzt befinden können. Zum einen mal eine mit einem elektronischen Vorschaltgerät, Abkürzung EVG, oder auch mit einem konventionellen Vorschaltgerät. Hier wäre die Abkürzung dann KVG. Wenn du dir übrigens noch bei irgendeiner Sache etwas unsicher bist, unbedingt einen Fachmann rufen, denn bei Strom bzw. Elektrik ist nicht zu spaßen. Welche Art von Leuchtstoffröhre bei dir sich jetzt zu Hause befindet, findest du am leichtesten heraus, indem du einmal die Augen nach so einem Starter offen hältst. Der Starter ist meistens so ein kleiner weißer Zylinder und wenn du einen Starter besitzt, dann hast du eine Leuchtstoffröhre mit einem konventionellen Vorschaltgerät. Wenn du keinen so einen Starter hast, dann hast du normalerweise eine Leuchtstoffröhre mit einem elektronischen Vorschaltgerät. Ich zeige euch das Umrüsten auf LED jetzt einfach mal bei mir mit dem Starter hier. Wenn du keinen Starter verbaut hast, dann benötigst du eine spezielle LED-Leuchtstoffröhre hier und dann kannst du das Ganze einfach so austauschen, wie als ob das eine normale Leuchtstoffröhre wäre und hierfür mache ich auch noch ein extra Video. Zuerst einmal müssen wir unsere Leuchtstoffröhre um etwa 90 Grad drehen, einfach so weit, bis wir hier unten einmal so eine kleine Metallspitze sehen. Denn dann liegen zwei Metallspitzen von der Leuchtstoffröhre genau übereinander und wir können das Ganze einfach nach unten rausziehen. Heißt, ich drehe das Ganze jetzt einfach mal um etwa 90 Grad, bis diese Metallspitze zu sehen ist, so wie bei mir jetzt, ich hoffe in der Kamera kann man es auch erkennen und dann kann ich das Ganze auch schon nach unten einfach rausziehen und auf der anderen Seite natürlich genauso. Danach entfernen wir den alten Starter, indem wir diesen leicht nach oben drücken und einfach einmal etwas gegen den Uhrzeigersen drehen, normalerweise auch eine Viertelumdrehung und wir können diesen auch schon rausnehmen. Wenn du dir jetzt eine neue LED-Leuchtstoffröhre verkaufst, ist normalerweise auch schon immer so ein spezieller LED-Starter mit dabei und diesen müssen wir jetzt einfach einmal einbauen. Hierfür das Ganze wieder nach oben reingeben, so lange, bis es schon leicht einrastet und dann noch einmal um 90 Grad im Uhrzeigersen drehen und somit ist das Ganze auch schon fest verbaut. Jetzt unsere LED-Röhre einmal nehmen, schauen, dass die zwei, ich sage immer Metallstäbchen, einfach diese Verbindungsstücke hier senkrecht nach oben schauen und dann können wir das Ganze auch schon wieder einfädeln. Zuerst auf einer Seite und dann auf der anderen auch noch rein, vielleicht muss man hier auch etwas drücken, bei mir ist das jetzt schon der Fall gewesen. Natürlich darauf achten, dass wir jetzt nichts zerstören und das Ganze ist auch schon eingesetzt und wir können es nun noch um 90 Grad drehen, dass die neue Röhre danach auch wirklich fest verbaut ist. Zum Schluss die Sicherung wieder reinmachen, den Lichtschalter betätigen, um das Ganze auf Funktionen zu überprüfen. Du kannst sehen, die LED-Leuchtstoffhöhre fängt sofort zum Leuchten an mit voller Leuchtkraft. Das Ganze ist wirklich sehr hell, im Gegensatz zur alten Leuchtstoffhöhre, welche um einiges dunkler ist, ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen, verbraucht doppelt so viel Strom wie die LED-Leuchtstoffhöhre und sie fängt natürlich auch nicht sofort an zu leuchten, sondern es dauert immer etwas. Wenn du dir jetzt so eine LED-Leuchtstoffhöhre für zu Hause, egal für ein elektronisches Vorschaltgerät oder auch für ein konventionelles Vorschaltgerät zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eine LED-Leuchtstoffhöhre zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.